Wir haben hier unser Exponat EvoLight Block auf der DrinkTech. Das stellt für uns auch eine Weltneuheit dar, denn wir haben hier erstmaligst unsere EvoLight Maschine, die bereits mit drei Maschinen im Einsatz ist in Italien, direkt verblockt mit einer Robobox-Lagengruppierung und einem Palettierer. Das, was daraus entstanden ist, ist eine der platzsparendsten Anwendungen, um Six-Packs mit einem minimalsten Einsatz von Verpackungsmaterial, nämlich nur mit einem Umreifungsband, zu verpacken. Verglichen mit einer konventionellen Aufstellung mit einem Schrumpfpacker und Gebindetransport, sprechen wir hier ungefähr von einer Platzersparnis von circa 50 Prozent, also eine sehr kompakte Aufstellung. Ein weiterer Vorteil dieses EvoLight Blocks ist natürlich, dass wir sehr deutlich die Energiekosten und den Energieverbrauch senken. Verglichen mit einer klassischen Schrumpfverpackungstechnik sparen wir hier bei der EvoLight um 90 Prozent Energie. Das heißt, der Energieverbrauch reduziert sich um 90 Prozent, weil wir natürlich keinen Schrumpfofen hier in dieser Verpackungsmaschine drin haben. Ein weiterer Punkt, der sehr positiv zu Buche schlägt, ist das Verpackungsmaterial. Das hier im Einsatz befindliche Umreifungsband ist deutlich günstiger als die übliche Schrumpffolie. Das heißt, auch hier ergeben sich Einsparungen bis zu 65 Prozent. Wenn man das Ganze dann zusammenfasst in eine Betreiberkostenrechnung, dann kann man sagen, mit den ganzen Capital Costs, Wartungskosten etc., Operator Costs, dass sich die Betreiberkosten bis zu 50 Prozent hier reduzieren. Und das ist doch ein sehr deutlicher Schub.